Fußballwetten 5.12.2019 Gewinn 237 Euro Autor de Selza Meck Kenzi YouTube Donnerstag 5.12.2019 Unikryowa Botosani 1 und 0 3 zu 1 1 Euro 65 1 Euro 65 Mit Zlegholz dünn 1 und 0 1 zu 1 Klammer auf 4 zu 3 Klammer zu 3 Euro 25 5 Euro 36 Parmafrosinone 1 und 0 2 zu 1 1 Euro 50 8 Euro 4 KG Riesemp Genua 1 und 0 2 zu 1 1 Euro 85 14 Euro 88 Krakautschen Stochau 1 und 0 0 zu 0 Klammer auf 4 zu 1 Klammer zu 3 Euro 10 46 Euro 13 Baria Vasko Gamma 1 und 0 1 und 0 4 Euro 50 207 Euro 59 Kremio Cruzeiro 1 und 0 2 zu 0 1 Euro 80 373 Euro 66 Palmaras Goyas 1 und 0 5 zu 1 1 Euro 32 493 Euro 23 2 mal 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 gleich 256 Einsätze Schrägstrich minus 256 Euro 237 Euro 233 Ich